Musik Ja, das ist eine interessante Frage. Also, machen Sie eine typische Handbewegung. So. Wie war das, Peter? Im Norden gehen Sie raus. Im Norden gehen Sie raus. Im Süden kommen Sie rein. Im Süden gehen Sie rein. Ist doch ganz klar. Brauchen wir nicht lange zu reden. Alle wissen, wovon die Rede ist. Nämlich von Magnetfeldern. Also hier sogar genau, also man kann es ja förmlich sehen. Magnetische Feldlinie. Zack. Im Norden gehen Sie raus. Im Süden gehen Sie rein. Und, ja. Theo Errpunkt fragt. Wenn Magnetismus eine Wirkung von bewegten Teilchen ist. Das ist die Sache. Woher kommen dann Permanentmagneten? Das ist eine gute Frage. Führt allerdings, das muss ich gleich warnen, tief in die Quantenmechanik. Der Magnetismus ist eine rätselhafte, also ich gehe nochmal hier hin, ist eine rätselhafte Wirkung. Also das, was wir hier jetzt gemacht haben eben, das ist ja so ein typischer Stabmagnet. Das ist ja dann meistens oben rot, unten grün. Und wieso ist der magnetisch? Der bewegt sich doch gar nicht. Also jetzt hier auf dem, also im geistigen Bild bewegt er sich doch gar nicht. Aber, wenn ein Strom fließt, also wenn Ladungen fließen, dann wird ein Magnetfeld induziert. Wenn die Ladungen nicht fließen, also ruhig sind. Nehmen wir mal den Magneten weg. Lassen wir mal die Ladung hier. Wenn die Ladung ganz ruhig ist, also V gleich Null, dann hat diese Ladung nur ein elektrisches Feld. Sobald die Ladung anfängt sich zu bewegen, dann induziert die bewegte Ladung ein weiteres Feld. Das nennt man magnetisches Feld. Und das steht senkrecht auf dem elektrischen Feld. Was ist denn das dann jetzt in den Stabmagneten für ein Zeug? Ich meine, es gibt ja Permanentmagneten, die sind richtig permanent magnetisch. Deswegen heißen sie ja Permanentmagneten, weil die nicht nur, die haben ja offenbar mit dem elektrischen Strom, es gibt ja Elektromagneten. Ja, da fließt ein Strom durch, da wird ein magnetisches Feld induziert, prima. Wird der Strom abgeschaltet, ist das Magnetfeld weg. Kann man richtig messen. Wenn der Strom weg ist, verschwindet. So. Das Magnetfeld zerfällt. Und wieso zerfällt es nicht bei den Permanentmagneten? Das muss ja dann an den Eigenschaften des Materials liegen, dass die Eigenschaft des Magnetfeldes in diesem Stabmagneten noch erhalten ist. Es gibt ja starke Magneten. Also nicht nur Stabmagneten, sondern starke Magneten. Früher konnte man ja nur diese Ferromagneten. Die waren ja von Natur aus sozusagen schon magnetisch. Also Eisen, Nickel und so weiter. Da konnte man ja, also wenn die die richtige Zusammensetzung hatten, dann waren die immer magnetisch. Aber man konnte sie auch entmagnetisieren. Entweder man hat sie so heiß gemacht, dass das Magnetfeld verschwunden ist. Oder aber man hat sie mit dem Magnetfeld in andere Richtungen zum Beispiel bekannt gemacht, in Kontakt gebracht. Dann konnte man sie entmagnetisieren. Da gibt's so eine schöne Kurve, haben wir alle in der Schule gelernt, die Hysteresis. Da gab's die Koalitativkraft, die man aufwenden muss, um es dann wieder komplett zu entmagnetisieren. Und dann, ja, ganz wunderschön. Also auf jeden Fall scheint es eine Materialeigenschaft zu sein. Und nicht eine Eigenschaft der Dynamik. Was könnte denn das sein, was nun dazu führt, dass ein Stoff magnetisch ist. Und zwar permanent magnetisch. Nun, das hat was mit einer Eigenschaft zu tun, die nennt man Spin. Also wird gerne übersetzt mit dem Wort Eigendrehimpuls. Ist aber Quatsch eigentlich. Drall wird's auch genannt. Also wenn... Gut, machen wir's ganz von vorne. Atom. Ist klar. Atom ist ein Atom. Und ein Atom besteht aus Atomkern und drumherum bewegt sich ein Elektron. Also beim Wasserstoff zum Beispiel hat man einen Proton, positiv geladenen Kern. Und um dieses Proton rum bewegt sich genau ein negativ geladenes Elektron. So. Und so gibt's natürlich eben für jede, für jeden möglichen Stoff, die... Perionssystem der Elemente. Sie sehen, das wird jetzt eine Schulsendung quasi. Perionssystem der Elemente. Jedes Element hat ein Proton mehr. Also Wasserstoff 1, Helium 2, Lithium 3, Beryllium und so weiter und so weiter. So. Alles klar. Sauerstoff, Kohlenstoff, Stickstoff. Die ganzen Kameraden. Rechts... Also von mir aus gesehen rechts stehen die Halogene. Links stehen die Alkalimetalle. Und dazwischen gibt's ja alle möglichen Elemente. Okay. Und je nach Anzahl der Protonen gibt's auch die Anzahl der Elektronen. Und je nachdem wie, welches Material sich da zusammenfindet, ist es eben überhaupt nicht magnetisch. Wie zum Beispiel viele Kohlenstoffverbindungen, da ist überhaupt nichts Magnetisches dran. Und andere wiederum sind magnetischer. Und das scheint damit zu tun zu haben, auf den ersten Blick, dass sich dort eben Strukturen im Material bilden, die genau die Eigenschaft haben, sich auszurichten, gemeinsam auszurichten. Permanentmagneten. Permanentmagneten entwickeln in ihrem Innern Bezirke, das kann man heutzutage sehr genau beobachten, früher wurde es vermutet, dann hat man das beobachtet, Bezirke, in denen alle Elektronen der Atome, die zu Molekülen verbunden sind, ausgerichtet sind. Ausgerichtet. Ausgerichtet in ihrem Spin. Denn dieser Drall, also dieser Spin, den gibt's nur in zwei Varianten. Nämlich einmal so und einmal so. Spin Up, Spin Down. Bei der Verbindung von zwei Atomen zum Molekül verbinden sich im Allgemeinen Elektronen, die unterschiedliche Spin-Richtungen haben. Also Spin Up und Spin Down. Das ist bevorzugt. Es gibt aber auch welche, wo beide Spin Up haben. Oder beide Spin Down haben. Und dann, wenn die Spins parallel stehen, dann ist ein Stoff ferromagnetisch. Das heißt, er besitzt eine Form von zusätzlicher Energie, die er nicht besitzt, wenn die Spins der Elektronen antiparallel stehen. Das scheint also energetisch günstiger zu sein für Material mit antiparallelem Spin sich zu verbinden, als eine Verbindung einzugehen mit parallelem Spin. Genau das kann man tatsächlich beobachten. Man kann sehen, was passiert denn nun, wenn zum Beispiel in einem solchen weißen Bezirk alle Teilchen ausgerichtet sind und dieses Material wird aufgeheizt. Ist ja klar. Bewegungsenergie führt automatisch dazu, dass auf einmal die Spin Orientierung verloren geht und damit geht eben auch die Magnetisierung verloren. Wird das Material wieder abgekühlt, dann orientieren sich die Elektronen zwar wieder in ihrem Spin parallel zueinander, aber eben manche sind dabei, die haben vergessen sich zu orientieren. Dadurch ist diese neue Magnetisierung allgemein schwächer als die alte. Deswegen muss man dann noch ein bisschen was tun, man muss zusätzlich Energie einführen, um die Teilchen wieder alle praktisch in diese Parallelrichtung zu zwingen. Das ist erstmal die Frage, woher kommen dann Permanentmagneten? Das heißt, das liegt an einer Eigenschaft, die in der Materie begründet ist. Diese magnetischen Feldlinien, die wir da draußen sehen, sind dann praktisch das Resultat der kollektiven Wirkung, also kollektiv, also der gemeinschaftlichen Wirkung von Teilchen, die alle auf der allerkleinsten Skala der Materiebausteine so nebeneinander stehen, dass insgesamt sich ein solch großes Feld entwickelt. Übrigens, das große Feld, was hier aus dem Magneten rauskommt, ne, wir waren ja hier, Entschuldigung, hier war ja das Stabmagnet, hier, ja. Dieses Feld würde man auch bekommen zum Beispiel durch einen solchen Strom. Wenn so ein Stromflösse, würde man auch ein solches Feld induzieren. Also dieser Stabmagnet, der macht den Eindruck, als Flösse hier ein solcher Strom. Dieser Strom fließt aber gar nicht, aber die Teilchen, nämlich die Elektronen, sind in weiten Teilen parallelisiert im Spin. Und haben deswegen die Eigenschaft eines solchen großen Magnetfeldes. Wo wir schon dabei sind. Wer hat denn noch so ein Magnetfeld, das so aussieht, als wenn oben was rauskommt und unten was reinkommt? Die Erde. Die Erde hat ja auch ein Magnetfeld. Und woher kommt das? Ist die Erde ein Permanentmagnet oder woher kriegt sie das? Die Erde ist ein Elektromagnet. Es gibt auch Planeten, die sind Permanentmagneten. Also der Merkur zum Beispiel. Der hat noch richtig viel Restmagnetismus von seiner Geburt übrig. Der war übrigens auch mal größer und der musste ein fürchterliches Schicksal gehabt haben am Anfang. Da müssen also Teile eingeschlagen sein, haben ihm was weggerissen. Aber der Merkur hat einen riesen Eisenkern und der hat praktisch so einen Restmagnetismus. Unsere Erde dagegen, die bekommt ihr Magnetfeld à la bewegter Ladung. Das liegt daran, weil das Innere unseres Planeten ja flüssig ist. Also jetzt nicht flüssig wie Wasser, aber es hat Temperaturen von einigen tausend Grad. Im Kern ist die Erde ungefähr so heiß wie die Sonne an der Oberfläche. Kann man sich gut merken. Das kommt übrigens dadurch zustande, 50% durch radioaktiven Zerfall. Die anderen 50% ist noch Restwärme von ihrem Anfang. Also die Erde ist immerhin schon viereinhalb Milliarden Jahre alt, hat aber noch Restwärme von ihrer Geburt. Ja, also keine junge Wilde mehr, aber es ist auch noch nicht kalt. Also das ist schon toll. Diese Wärme insgesamt führt dazu, dass Mantelgestein, also das Gestein des Erdkerns, des flüssigen Erdkerns und Erdmantelgestein immer wieder auftreiben, wieder runterfallen, auftreiben, wieder runterfallen. Das ist ja diese Konvektion, die dazu führt, dass oben die Platten sich bewegen können, die Kontinentalplatten. Und diese Bewegung führt nur dazu, bei diesen hohen Temperaturen, wir haben es mit bewegten Ladungen zu tun. Da bin ich schon wieder, ha, 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 ha. Also dann komme ich zurück, komme ich zurück. Ich habe also Konvektionsbewegung und zugleich habe ich aber noch was anderes. Was macht die Erde jeden Tag? Peter, bitte, lass mich nicht hängen. Die dreht sich. Die dreht sich, genau. Zack, so. Und dann haben wir genau das, was wir brauchen, nämlich wir haben Bewegungen von Ladungen in verschiedenen Dimensionen. Das führt dann zu einem großen Magnetfeld, das weiß man aber, aus der Messung der Gesteine, die aus der Erdkruste nach oben drängen, weiß man, dass das Magnetfeld sich immer und immer und immer wieder umgepolt hat. Also aus dem ehemaligen Magnetfeld Norden raus, Süden rein, ist inzwischen längst eins geworden Süden rein. Obwohl, also der magnetische Nord, nee, der magnetische Nordpol ist der geografische Südpol und umgekehrt. Das heißt also, wir haben heute ein Magnetfeld, das sieht so aus, das kommt hier unten raus und oben rein. Und dann gab es aber auch Phasen, da war es genau wieder umgekehrt. Das Magnetfeld der Erde hat mehrfach die Richtung gewechselt. Und angesichts der Bedeutung, nämlich ein Schutz vor den Teilchen, die aus dem Weltall kommen, macht es einen vielleicht ein bisschen unsicher, wenn jetzt das heißt, das Magnetfeld der Erde hätte eigentlich schon längst mal wieder gekippt sein müssen. Es kippt aber nicht. Das letzte Mal vor 788.000 Jahren. Und da sind jetzt, man hat also, nur um das nochmal zu erklären, also aus der ozeanischen Kruste kommt ja Material raus und das speichert die Magnetfeldrichtung zu dem Zeitpunkt, wenn es kondensiert, wenn es auskristallisiert. Das ist ganz wichtig, weil da sind nämlich ganz neue Daten rausgekommen. Also das heißt, und diese ozeanische Kruste treibt von dieser Zone weg. Das heißt, man kann jetzt in einem bestimmten Abstand von der Auftriebszone an einem Ozeangrund, muss man ja sagen, kann man jetzt genau sehen, wie oft das Magnetfeld der Erde sich tatsächlich immer wieder umgedreht hat. Weil die magnetische Richtung in dem Gestein eingefroren bleibt. Das ist so wie bei diesen Permanentmagneten. Ja, das ist so, dass Material, was da rauskommt, hält praktisch die Magnetfeldrichtung, die es damals hatte. Schön. Und zwar weiß man, dass die letzte Umkehrung 788.000 Jahre her ist. Und jetzt hat man was ganz Neues gemacht. Man hat nämlich vulkanische Gesteinsschichten, ganz schichtweit, ganz, ganz, in ganz dünnen Schichten untersucht darauf, wie ist ihre magnetische Richtung gewesen. Damals. Als sie aus dem Erdinnern, aus dem Vulkan rausgekommen sind und sich sozusagen auf dem, nicht so zu sagen, sondern auf dem Hügel da abgelagert haben. Und da ist was ganz Neues rausgekommen, das hat man gar nicht gedacht. Früher dachte man, das dauert Tausende von Jahren, dass das Magnetfeld der Erde sich so langsam ändert, also praktisch so ganz langsam kippt. Also wie jetzt in den letzten paar hundert Jahren merkt man einfach, dass also die Richtung des Magnetfeldes sich verändert und so in Richtung von Kanada in Richtung Sibirien gewandert ist. Das dauert ewig, hat man gedacht. Ja, jetzt weiß man es. Innerhalb von hundert Jahren, zack, ist das Magnetfeld der Erde, hat sich das Magnetfeld der Erde umgepolt. Zack. In hundert Jahren. Woher weiß man das? Naja, man weiß es eben aus der Geschwindigkeit, mit der diese vulkanischen Sedimente sich gebildet haben. Und diese Sedimentsteinchen sind ebenso freundlich, genauso wie das Material auf der ozeanischen Kruste, was da aus dem Ozeanboden rauskommt, das Magnetfeld zu behalten, mit dem sie geboren worden sind. Weil nämlich diese Permanentmagneten das eben in sich halten. Die Magnetfeldrichtung, mit der sie geboren worden sind. Und so weiß man, dass das Magnetfeld der Erde vor 788.000 Jahren innerhalb von hundert Jahren praktisch, tschack, umgepolt ist. Mit einer gewissen Ungenauigkeit natürlich. Aber man weiß jetzt, dass diese Vorgänge sich extrem schnell ablaufen. Also, dass sie extrem schnell, nochmal, bop, 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 sich extrem schnell abspielen. Das ist natürlich nicht ganz uninteressant. Denn es wurde immer wieder vermutet, wenn das Magnetfeld der Erde zusammenbricht, dann müsste ja das Leben auf der Oberfläche und so weiter. Das könnte ja sonst was passieren, weil ja diese Strahlung von der Sonne kommt, also diese Teilchenstrahlung vor allen Dingen. Aber es hat sich längst herausgestellt, dass das alles nicht so schlimm ist. Die Schutzwirkung ist da, weil ja nur der magnetische Dipol verschwindet, alle anderen magnetischen Momente bleiben erhalten. Es gibt sogar Prozesse in der Hochatmosphäre, die Magnetfelder erzeugen. Denn das Interessante ist ja, zu dem Zeitpunkt, als das letzte Mal das Magnetfeld der Erde sich verändert hat, da gab es schon den Homo Erectus, den aufrecht gehenden Menschen. Und der hat es offenbar überlebt, denn ohne den Homo Erectus hätte es keinen Homo Sapiens gegeben. Insofern kann diese magnetische Umpolung keine große Gefahr gewesen sein. Und jetzt wissen wir auch warum. Das ging so schnell, das haben die gar nicht gemerkt. Der Wahnsinn. Gute Schöner Gute Schöner